hallo leute ja die flitzen ja alle rum aber wir waren irgendwo im keller und hatten da beerdigungsinstitut aufgemacht wo war das da ist es und hier hatten wir das problem dass wenn ich hier drauf klicke ist das für dobar war hochkoppbar und hier auch und das liegt daran dass ich natürlich die zonen falsch gemacht hat da müssen wir mal gerade gleich an den zonen noch mal anschauts logo und dann gehen wir auf den großbildschirm ja hatte ich nach der aufnahme kurz reingeguckt und da habe ich das gesehen dass die zonen falsch sitzen das ist unser problem diese zone ist glaube immer die gleiche zone irgendwie glaube Tomp und paint cancel oder noch mal Tomp so accept overlapping Tomp sagt er jetzt weiß ich jetzt gerade nicht wir gucken das mal accept Tomp accept Tomp accept Tomp accept eigentlich müsst ihr das hier weg machen ne remove this zone warte mal da müssen wir gerade mal gucken das ist leer das ist leer das ist leer da haben wir keine zone da ist jemand anders drin da und der diese zone ist falsch weil ich habe da gerade gesehen gehen beide weg das war mein problem und ich wahrscheinlich das irgendwie so gemacht habe dass ich hier nicht akzeptiert habe sondern die zone einfach weiter gemalt habe da war mein problem zu suchen so jetzt haben wir es richtig jetzt müssten hier auch da ist niemand drinnen hier ist der geist drinnen da ist noch niemand drinnen hier ist auch noch niemand drinnen und die sind natürlich auch noch leer so jetzt müsste jemand kommen und vielleicht sogar jemand schon da ne ist nicht okay und jetzt haben wir hier ein alert der ghosty fischer wurde beerdigt gut was haben wir hier der ist von der society ausgeschlossen das heißt wir haben da ein problem wo ist er oh 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 jetzt brauche er ja jetzt ist nur die frage wo der ist strange mood hier ist er das ist nicht gut für uns der könnte jetzt zum beispiel ne kraft objekt wollte er machen wahrscheinlich das ist fehlgeschlagen gut schauen wir gerade erst die an unser anteriors okay wahrscheinlich weil irgendwer anders gestorben ist hier war das the stray baby has been found starved to death okay das baby ist auch gestorben das ist nicht gut so das hier ist arid addition ghostly fischerdwarf has risen and is haunting the fortress wo ist der okay das war natürlich schon mal eher irgendwo anders ne ich hoffe jetzt nicht dass das baby zum beispiel von dem schon erwischt worden ist die schlafen alle irgendwo muss dieser geist sein oder vielleicht finden wir den über die liste hier aber hier glaube ich in dieser liste wahrscheinlich nicht oder also wahrscheinlich oder do buck do ne die kängurus sind nicht dead missing ok kampka aratuka aralenas das weiß ich nicht wer das ist keine ahnung citizen haben wir irgendwas work orders labor places task creators and citizen citizen vielleicht finden wir den hier bei ne sieht auch nicht so aus wie finde ich die das ist die frage das ist ja jetzt auch hier tiere nur ne will ich hoffen dass geister nicht als tiere gelten aber da sind nur die paar da ist kein geist bei dead und missing die beiden sind tot und der fehlt was haben wir sonst noch places labor works order nobles and administrate objects ist jetzt ne da ist jetzt nix haa jetzt wird schwierig den zu finden oder has create a masterpiece ok das ist zweimal gemacht the merchants from show will be leaving soon ich glaube merchants sind gar nicht da und unser dingens sagt irgendwas kann man nicht ist das er hier ne ist leider auch so doof dass man das fenster kann man dann nur schließen und ich weiß auch nicht wo der jetzt ist aber spielt jetzt keine rolle erstmal wo war der mit dem strange mood das war der also der ist wichtig und ich muss den geist noch finden wo der ist die sitzen alle hier dran komischerweise was machen die hier alle oder ob ich hier ein dining rum gemacht oder sowas tatsächlich hier sind ja die tische und wie sind die ganzen chicken hier mit drin oder wenn man geist sehe ich jetzt hier nicht ne jetzt müssen wir eigentlich erstmal gucken ob wir im fortress irgendwo so ein geist noch finden aber ich glaube nicht oder hier kann man durch ok das das no job der war auf jeden fall grün der geist hier ist natürlich schwierig weil hier stehen auch leute übereinander ne aber ich meine ich hätte hier noch keinen gesehen tische und schüler haben wir reichlich ne das sind alles kleine leute die wir hier kennen oder hier sehe ich auch niemanden der böse sein könnte so hier in den schlafräumen ist der da da liegt eine hose sonst nix hier ist sonst auch nix hier ist nix und dann kommen wir noch unten in den dingens rein hier wo die leute beerdigt sind ich glaube diese zonen ändern haben jetzt mir nicht gerade geholfen mit dem geist wahrscheinlich oder ach das ist er doch ach da sind und da sind das verstehe ich jetzt nicht ich glaube der ist aber beerdigt ne und das hat sich erledigt dadurch warum die kisten zu sind weiß ich auch so weil die klamotten da drin sind ne aber aber hier steht trotzdem unnamed tomb ne dann ist das so aber ich glaube das lassen wir erstmal so das kann nur sein er ist haunting 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 the forest ich sehe aber den geist nicht wenn der hier sein sollte das sind sie auf jeden fall nicht ne hier in der nähe war der zuletzt sagt das sozusagen warte wir müssen mal die steuerungstaste drücken und dann rauszoomen ob das hier so ist da ist auch noch einer aber ich glaube das hat sich erledigt wir werden sehen was alles so passiert ne some events have arrived ok und das war noch digital das mach auch weg jetzt und hier ist ein alert has been put to rest der ist jetzt hier irgendwo hier irgendwo naja hier war die sterbestelle von diesem komischen ungeheuer und wenn put to rest ist doch alles gut oder dann können wir das doch auch weg machen ich glaube das ist erledigt nur er hier der ist nicht erledigt wo war er denn hier ne oder wäre das ja was machen wir mit dem das ist die frage da was passiert mit dem kann ich den verfolgen jetzt verfolgen bei denen jetzt weiter laufen lassen gehe ich mit dem mit ja was macht er was macht er geht hier lang klemmt doch er klemmt ach er hat einen strange mood aber keinen bösen strange mood oder wie sehe ich das er hat sich jetzt einen stein geholt und baut was ich glaube er ist nicht aggressiv dabei geworden mal grad pause mal grad pause das ist jetzt schwierig ne er macht auf jeden fall was gehe ich von aus ja was haben wir denn hier getränke, bier, warfenwein ok wir sind mit alkohol glaube gut gesegnet was steht denn hier oben food 829 drinks ok wir kommen durch die gegend das ist schon mal gut wir haben hier einen raum ausgehoben wo ich gerade nicht so sicher bin was wir da rein tun wollten weil schon so lange her das ist hier glaube ich für das depot da ist aber niemand da gerade no traders need at depot das passt hier sind die beiden räume hier haben wir auch wieder was ausgehoben und ich weiß nicht wofür es gut ist und diese ganzen chicken die müssen wir mal schlachten glaube wo war die liste und ich glaube wir müssen ganz nach unten für die chickens die waren hier oder ja hier stray chicken ja komm fangen wir unten an oder was haben wir denn hier drei lämmer aber ist chicken nicht jungtier aber trotzdem sind es zu viele also zack 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 sind alles erstmal welche naja gut dann hoch er ist von irgendwem geclaimt schon oder was aber erstmal die chickens da wollen wir uns drum kümmern die können auch alle weg sind viel zu viele sind viel zu viele chickens wo ist die liste da aber können alle weg bitte alle schlachten wir haben noch mehr food dann alles die ja alles die ja alles chicken bis auf den obersten ok das ist ein chicken bis dahin schlachten schlachten wir die erstmal alle und hier geht es wieder weiter mit chicken schlachten können wir auch alle schlachten ready for slaughter warte der auch noch da geht es auch noch weiter die können wir auch alle machen und weiter noch reichlich da war ein bunny nee war keiner der ist erst da so na ein bisschen zu weit alles chicken bis auf oben sind es ein bunny sonst sind es alles chicken wir besinnen das ey der ist da sind drei hunde und hier oben sind noch mehr chicken und noch reichlich alles chicken ja noch mehr chicken ich glaube jetzt müssen wir mal langsam aufhören oder weil vielleicht dann nicht mehr genug sonst da sind das sind nur andere tiere genau das machen wir so der rest kann wachsen gut das ist erledigt weiter geht's jetzt werden die alle geschlachtet die laufen jetzt auch schon alle zum schlachter oder was das wäre jetzt krass oder was machen die die sind jetzt irgendwie erstmal frei am rumlaufen ah nee die sind schon hier mit manchen dann schlüren die schon mit und bringen die zu schlachterei die ich sehe aber keinen wo der das hin bringt naja auf jeden fall wird es da weiter gehen gut äh was haben wir noch das eine name okay die 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 nun someone hair is very curly, now you will know why you fear the knight wo ist er? wo ist er? ich sehe ihn nicht ist er das? das ist er oh man schon wieder gut ich würde sagen wir machen erst hier einen cut in in der nächsten folge müssen wir dieses monster dann schlagen da müssen wir unsere truppe wieder los schicken in der hoffnung dass wir genug haben und das kam jetzt sehr plötzlich von einem zum anderen ich glaube gerade zwei folgen her oder so ne okay wir werden schauen dass wir das hinkriegen und den dann schlagen das wird ja nicht so schwer sein ich hoffe der wird uns nicht wieder irgendwelche kinder da noch umbringen das wäre ganz schlecht hier das ist schon der erste schicken geslotert hat und das war der ist von southside westworld exclaim the crafters workshop ja er macht hier was das heißt bei dem typen brauchen wir keine angst haben dass der in strange mood kriegt der böse ist läuft erst mal das kann also weg und hier müssen wir in der nächsten folge weitermachen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao ciao